Die morgige Prüfung wird den Lauf eurer gesamten Zukunft bestimmen. Willst du denn nie was erleben, was aufregend ist? Zum Beispiel? Wir können überall hin in der ganzen weiten Galaxis. Ein richtiges Abenteuer, nicht bloß ein ausgedachtes. Ich habe etwas Vergrabenes im Wald gefunden. Was glaubst du, was das ist? Ich glaube, es ist ein Jedi-Tempel. Hallo? Passt auf, wo ihr hintretet. Wir finden dich nach Hause. Nie wieder. Das ist ein gefährlicher Ort. Traut niemandem. Du bist ein Jedi. Das ist ein Jedi-Tempel. Untertitelung des ZDF, 2020